Hallo, hallo, ich bin's wieder, der TFFK. Ich spiele jetzt bei diesem Gamescon hier. Und ich habe hier so ein cooles Spiel gefunden, was voll aktuell ist. Hier, das heißt Butler in Galaxy. Und das werde ich jetzt mal spielen. Hier ist so ein von diesen Controllers. Da muss man so drauf drücken. Und dann kann man den spielen. Ich kann euch den Spiel mal zeigen. Ah, Moment, hier steht was mit oben drauf. Ich glaube, man muss den da drauf legen. Ich weiß zwar nicht, was das bringt für den Spiel, aber da ist noch einen. Und da müsste er eigentlich da unten drauf stehen. Ich drück mal hier auf dieses Dial. Ich glaube, da muss ich meine Telefonnummer eingeben. Aber das zeige ich euch natürlich nicht, weil das ist zu geheim. 0, 2, 2, 9, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Los! Aber ich weiß auch nicht, wie den geht. Ach so. Ah, oh, jetzt geht ihn hier los. Jetzt ist der Spiel schon vorbei. Wow, das ist die höchste Güte der Entwicklungskunst. Guck mal, hä? Ich glaube, das Spiel ist zu schwer für mich. Ah, eins, eins. Ich kriege das Spiel nicht gestartet. Ich glaube, ich muss mich von dem Entwickler erklären lassen. Und wenn da ein Erklärerentwickler ist, dann kann ich den schmieren. Aber ich möchte denen auch nicht zu viele Umstände machen. Weil die haben bestimmt auch genug zu tun. Also das war es schon von den Gamescom hier. Es ist so viel hier zu sehen. Kann ich euch gar nicht zeigen. Am besten geht ihr mal selber hier. Mensch.